Uiuiuiuiui, nicht so wild, hätte ich mich doch beinahe hingepackt, der Hände, ohne Homo mit diesen Hosen. Ja, ha, ha. Hallo, Röhe und Gerüst, Arsch. Heute mit einem überlebenswichtigen Trick, möchte ich ja schon fast sagen. Und zwar, wer kennt diese Situation nicht? Man möchte gerne hochgehen, oh, kämpft sich da hoch in seinen zu engen Hosen und dann auf einmal fällt man runter. Nachdem man kleine Stückchen wieder vorwärts gekommen ist, rutscht man somit immer weiter herunter. Doch, doch, wir wären keine wahren Janemänner, meine liebe Leute. Wenn wir nicht einen kleinen Trick anwenden würden Und zwar einfach nur eine Waffe nehmen und zielen Unglaublich aber wahr Man kann damit auf einmal diese fast 90 Grad steile Wand hochgehen Hier nochmal ein tolles Beispiel an einer Ja, ich möchte sagen 90 Grad steilen Wand Und zwar ist das dieser Berg, der hier etwas in meine Richtung kommt Ich ziele und ich weiß nicht, ob es dabei noch etwas bringt Wenn ich schieße, jedenfalls habe ich die Erfahrung gemacht Dass ich damit noch steilere Wände hochkomme Einfach schieße ich dann los und komme damit diesen steilen Abhang hoch Und mit diesem Glitch können wir neue Dimensionen vordringen Wir können vielleicht sogar die Munchen jetzt so zu Fuß erklimmen An der wohl steilsten Stelle Ich denke weiter, wir können das erreichen Wenn ihr ein Liked, Alas, für unseren Kanal Uns einfach hochsupportet Doch jetzt muss ich erstmal schnell ins Bett sprinten Schönen Dank, du Arsch Alles klar, das war's vom Video Ich hoffe, es hat euch gefallen Wenn ja, lass doch wirklich eine positive Bewertung Da würde mich auf alle Fälle wie immer freuen Und am Sonntag, Leute, da folgt die Überraschung des Tages Des Monats, möchte ich ja fast schon sagen Nein, nein, des Jahres Ihr lasst euch überraschen Bis Sonntag und am Wochenende folgen natürlich noch viel mehr Videos Und nicht zu vergessen Am Morgen, ja, bis dahin, euer Jan Ne Mann